Du bist eine junge und neue Führungskraft und möchtest dich weiterentwickeln? Dann bist du bei uns genau richtig. Schau dir dieses Video an und sag uns eine Meinung. Es liegt so nahe, irgendwie mal eine schnelle Nachricht hinaus zu schießen. Und dann aber solltest du schon irgendwie mit in dich gehen. Ja okay, im Team, wie ist das eigentlich? Jedes Mal, wenn du schießt, du bist der Chef von der Runde. Also werden die meisten Mitarbeiter sich denken, naja, puh, ist eine Nachricht vom Chef, da sollte ich vielleicht dann schneller antworten etc. Und wie sehr, wie viel Unruhe bringst du da hinein, indem du einfach mal schnell zwischendurch Nachrichten schickst, weil du dich einfach selber nicht irgendwie am Riemen reißen kannst und dadurch die Produktivität von deinem ganzen Team heruntersetzt. Also ich glaube, das ist sehr wichtig, diesen Impuls nachzugehen oder diesen Impuls dann nicht vielleicht eben nicht nachzugehen, sondern für dich, wie du gemeint hast, für den Werkzeugkoffer aufnehmen und sagen, ja okay, eigentlich schicke ich 15 Mal am Tag gar eine Chat-Nachricht raus und vielleicht könnte ich das für mich selber irgendwie vorher sammeln und dann das gesammelt hinausgehen, weil wahrscheinlich ist es oft nicht so wichtig, wie man im ersten Schritt glauben würde. Ich glaube, da muss ich überhaupt nicht ein paar Sachen gegen den ERE Katzen Untertitelung des ZDF, 2020